Bei der gigantischen Menge an verschiedensten bekannten Krankheiten und Symptomen gibt es wohl kaum ein einfaches logisches System dahinter, oder etwa doch? Tatsächlich gibt es solch ein System auf der Ebene der Gewebstyten, für dessen Verständnis die Kenntnis der drei Keimblätter eine wichtige Voraussetzung sind. Als Keimblätter bezeichnet man die ersten, sich differenzierenden Zellschichten von Vorstufen eines Embryos, aus denen sich die Organanlagen und schließlich die vollständigen Organe entwickeln. Die Keimblätter sind also die Grundgewebstypen des menschlichen Körpers. Jedes Gewebe entstammt also einem der drei Keimblätter Entoderm, Mesoderm oder Ektoderm, wobei das Mesoderm noch einmal unterteilt wird in Altmesoderm und Neumesoderm. Aus dem Entoderm entstehen im ersten Teil der Schwangerschaft alle Gewebe für die spätere Nahrungs- und Sauerstoffaufnahme, Ausscheidung, Fortpflanzung und rudimentäre Wahrnehmung der Umgebung in Bezug auf Gefahr oder Nahrung. Hierzu gehören also der Großteil des Magen- und Darmtraktes, die Lungenalveolen, das Mittelohr, der Uraugenbecher, aus dem sich später weitere Teile des Auges entwickeln, die Prostata sowie die Gebärmutterschleimhaut und einige andere Gewebe mehr. Die dazugehörenden Steuerungszentren dieser Gewebe liegen im ältesten Teil des Gehirns, dem sogenannten Stammhirn. Schauen wir uns als nächstes das Altmesoderm an. Alle Gewebe, die hieraus entstehen, haben Schutz- und Versorgungsfunktionen. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene schützende Gewebe wie Lederhaut, Herzbeutel, das Lungen-, Rippen- und Bauchfell, die Nervenscheiden sowie Talg-, Schweiß- und Brustdrüsen. Diese Gewebe werden vom Kleinhirn gesteuert. Das Neumesoderm entwickelt sich zu Geweben des gesamten Stütz- und Halteapparats, sorgt also für Stabilität, Beweglichkeit, Kraft und Leistung. Hierzu gehören alle Knochen, willkürlichen Muskeln, Sehnen und Bänder, das Dentin der Zähne sowie das Blut- und Lymphsystem. Das Großhörnmarklager, also der Innerebereich des Großhörns, steuert diese Gewebe. Aus dem Ektoderm entwickeln sich die Gewebe, die für den Kontakt zur Außenwelt und zur Interaktion und Hierarchienbildung mit anderen Lebewesen der gleichen Spezies wichtig sind. Dazu zählen die Oberhaut, die Nerven, der Zahnschmelz, verschiedenste Schleimhäute, ein Großteil der Sinnesorgane sowie die Regulation der Sexualhormone. Alle diese Gewebe und Funktionen unterliegen der Steuerung der Großhörnrinde. Warum dieser langwierige Exkurs zu den Keimblättern und der Früheentwicklung des Kindes im Mutterleib? Weil sich alle Gewebe eines Keimblattes im Rahmen ihres jeweiligen SPS gleich verhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich einzelne Gewebe grundsätzlich aufgrund einer konfliktiv wahrgenommenen Situation anpassen können. Möglichkeit 1. Die Funktion eines Gewebes wird in der konfliktaktiven Phase zuerst gesteigert. Bei den Speicheldrüsen zum Beispiel wird durch die Funktionssteigerung also mehr Speichel produziert. Nach Lösung des Konfliktes wird die Funktion dann wieder reduziert. Am Ende des SPS kommt es abschließend zur Rückkehr zur normalen Gewebsfunktion. Möglichkeit 2. Hier wird die Funktion eines Gewebes in der konfliktaktiven Phase zuerst reduziert und nach Lösung des Konfliktes wieder gesteigert. Bei der Oberhaut zum Beispiel wird diese durch die Funktionsreduzierung weniger sensibel oder sogar taub. Abschließend erfolgt auch hier die Normalisierung der Gewebsfunktion. Das Anpassungsverhalten dieser beiden Möglichkeiten ist daher genau entgegengesetzt. Alle Gewebe, die dem Entoderm oder Altmesoderm angehören, gehören zur ersten Gruppe. Alle Gewebe, die dem Neumesoderm oder Ektoderm angehören, gehören zur zweiten Gruppe. Schauen wir uns als Beispiel dazu die Haut an. Sie besteht aus mehreren Schichten und außerdem Anhangsgebilden wie Haaren, Schweiß- und Talgdrüsen, wobei all diese Strukturen jeweils einem der Keimblätter entstammen und darüber ihr Verhalten im Rahmen der Zweifasigkeit ihres SPS vorbestimmt ist. Es gibt also nicht den biologischen Konflikt und das SPS der Haut, sondern man muss das Gewebe, um das es bei einem Symptom geht, ganz präzise bestimmen. Schauen wir uns also die Oberhaut, die sogenannte Epidermis, an. Eine ihrer Aufgaben ist das Spüren von Nähe und Kontakt aufgrund der hohen Sensibilität. Wird zum Beispiel ein Säugling in der Natur von der Mutter getrennt, könnte er leicht zur Nahrung für ein Raubtier werden, sodass das Spüren von Kontakt in seinem biologischen Kot als lebensnotwendig gespeichert ist. Der Konfliktinhalt der Epidermis ist daher der Kontaktabriss oder auch der ungewollte falsche Kontakt. Wird ein Neugeborenes heutzutage in der Klinik plötzlich von seiner Mutter getrennt, kann dies leicht als biologischer Konflikt mit Kontaktabriss zur Mutter als Konflikt Inhalt wahrgenommen werden. Beim Baby startet das SBS der Oberhaut parallel auf den Ebenen Psyche, Gehirn und Organ. In der konfliktaktiven Phase wird die Oberhaut aufgrund der Funktionsreduzierung mit anschließender Zellabnahme taub, trocken und sprödel. Löst sich der Konflikt, nachdem nach einiger Zeit Ruhe und Vertrauen wiederhergestellt sind, kommt es zur Funktionssteigerung und Zellvermehrung der Oberhaut, wodurch sie für die vorherbestimmte Dauer der konfliktgelösten Phase hypersensibel, entzündet, gerötet und schmerzhaft ist sowie gegen Ende Juckreiz auftritt. Alleine der Rhythmus, die Intensität und die Dauer des SBS entscheiden darüber, ob nun die schulmedizinische Diagnose, ohne Kenntnis der 5 biologischen Naturgesetze, Hyperästhesie, Eczem, Dermatitis, Neurodermitis etc. lautet. Dass die heutige Geburtssituation sowohl für Mütter, Väter und Babys häufig sehr konfliktiv ist, zeigt das gehäufte Auftreten starker Symptome in der Anfangszeit. Viele Frauen, die Erfahrungen mit den 5-BN gesammelt oder die heutige Geburtspraxis intuitiv als problematisch erkannt haben, gestalten ihre Schwangerschaften und Geburten daher deutlich anders als bisher üblich. Oder um zu unseren Eingangsbeispielen zurückzukommen. Die Nierensammelrohre gehören zum Entoderm. Das heißt, sie reagieren im Rahmen des SBS mit Funktionssteigerung und Zellvermehrung, was zu einer erhöhten Rückresorption des Wassers führt. Nach Konfliktlösung erfolgt dann immer eine Funktionsreduzierung und Zellabnahme bis zur Normalisierung. Die Brustdrüsen gehören zum Altmesoderm. Das heißt, sie reagieren im Rahmen des SBS mit Funktionssteigerung und Zellvermehrung. Nach Konfliktlösung mit Unterfunktion und Zellabnahme bis zur Normalisierung. Die Kenntnis über die Keimblätter und Gewebszugehörigkeiten fehlte der Tumorpatientin aus unserem Beispiel bisher noch, um aufgrund der Symptome die Phase zu ermitteln, in der sich das SBS derzeit befindet. Basierend auf einfacher Funktionssteigerung mit Zellvermehrung und Funktionsreduzierung mit Zellabnahme lassen sich beinahe alle körperlichen Veränderungen erklären und verstehen. Sei es eine Gelbsucht, weil der ektodermale Gallengang aufgrund der für die Zellvermehrung nötigen Schwellung in der konfliktgelösten Phase zugeschwollen ist und sich das Bilirubin dadurch zurückstaut. Oder Haarausfall wegen Funktionsreduzierung der ektodermalen Haarfollikel in der konfliktaktiven Phase. Oder Knochenschwund wegen Funktionsreduzierung des neumesodermalen Knochens in der konfliktaktiven Phase. Oder ein Melanom aufgrund Funktionssteigerung der Lederhaut in der konfliktaktiven Phase. Oder ein eitriger Pickel aufgrund von Zellabnahme in der Teigdrüse in der konfliktgelösten Phase. Oder ein Darmpolyp aufgrund von Zellvermehrung der Darmschleimhaut in der konfliktaktiven Phase. Und so weiter und so weiter. Durch die Kenntnis der Gewebszugehörigkeit zu den Keimblättern und deren Verhalten im Rahmen der Zweifasigkeit, die Dr. Hamer im dritten biologischen Naturgesetz formuliert hat, kann jedes körperliche Symptom genau aufgeschlüsselt werden, wenn die Symptomatik präzise erfragt worden ist. Und so die auslösende Situation im Leben der Person gefunden und erfragt werden. Hat eine Person zum Beispiel eine Bindehautentzündung, wissen wir, oder können gegebenenfalls nachschlagen, dass diese zum Ektoderm gehört. Dadurch wissen wir, dass sich das SPS in konfliktgelöster Phase befindet, da dort die vorige Zellabnahme mit Schwellungs- und Entzündungssymptomen rückgängig gemacht wird. Es ist also ganz sicher, dass sie kurz vorher einen Konflikt mit dem zur Bindehaut gehörenden Konfliktinhalt gelöst haben muss, was man relativ präzise erfragen kann. Bei dem Konfliktinhalt geht es darum, jemanden Bedeutendes aus den Augen verloren zu haben, zum Beispiel, weil man im entscheidenden Moment die Augen geschlossen hatte, schlief oder weggeschaut hat. Wie immer beim Erfragen von Konfliktinhalten muss man verschiedene, für die jeweilige Person verständliche Formulierungen finden. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja und jetzt? Das klingt ja einerseits recht plausibel, aber glaube ich jetzt an die fünf biologischen Naturgesetze oder doch lieber an die etablierte Medizin mit ihren tausenden Ärzten, Milliarden Forschungsgeldern, Professoren, Lehrbüchern und Studien? Im nächsten Teil sehen wir, wie du die Möglichkeit hast, die Gesetzmäßigkeiten selber zu überprüfen und was dazu noch nötig ist. Dann stellt sich diese Glaubensfrage gar nicht mehr, denn dann kannst du selber prüfen, erfahren und daher wissen. Bei euch! Bei euch! ati, nach bei euch! Ich habe in eine blessed Zeit, dass wir tak, cloneизacia, wie wir sahen und weiß, untere Bedeutendes frequen. auch in einem Augen fouten und nicht über monetary zu suchen.